Einen wunderschönen meine Damen und Herren, liebe Lieben, mein Name ist Urs Wegerhoff, ich bin der Medios. Heute geht es um Erste Hilfe, heute geht es im zweiten Teil Outdoor Erste Hilfe. Nein, es geht noch nicht um Ausrüstung, da kümmern wir uns in einem anderen Teil drum. Es geht um einen Teil, dem ein vorher so auch vor sich selber irgendwie kaum jemand tatsächlich erklärt, nahe bringt, wie auch immer. Und zwar geht das in meinem kleinen schmächtigen Teilchen, im heutigen Teilchen um das Thema, wie vermeide ich überhaupt irgendwelche Unfälle im Wald und auf der Heidi. Denn genau da finde ich meine Frau die. Also Intro, Erklärbär, Attacke. Wir bleiben mal bei der Rucksack-Tour, wir bleiben dabei. Ihr wollt alleine, wie jetzt hier zu sehen oder in der Gruppe, alle tatsächlich los. Ins Gemüse, mit Rucksack, mit alles, mit scharfer Soße, mit Zwiebeln meinetwegen. Und das, was ich euch in dieser Reihe nahe bringe, das ist etwas, wo ich irgendwann früher oder später in irgendeinem Punkt Scheiße gebaut habe, was ich also einen harten Weg gelernt habe. Ich biete euch also tatsächlich hier die Möglichkeit an, dass ihr die Abkürzung nehmen könnt, damit ihr genau diese Scheiße nicht baut. Okay? Gut. Gute 90 bis 99 Prozent der verschiedenen Unfälle, gerade Unfälle im Wald und auf der Heidi und im Außentürbereich sind vermeidbar. Das geht mit so profanen Dingen los. Wir schlagen in einer gewissen Regelmäßigkeit die Hände über dem Kopf zusammen, wenn Leute tatsächlich als Beispiel zur Zugspitze hoch wollen und zwar zu Fuß. Und dann treten sie diesen Weg mit L.S. Pantrios an, mit Flip-Flops an. Und du stehst da und denkst so... Und das zieht sich wie so ein Running Gag. Dann wundern sich entsprechende Persönlichkeiten, dass sie entsprechend tief im Gemüse unterwegs sind, stolpern, stürzen, sich den Knöchel verstauchen, sich eventuell der Sprunggelenk brechen. Auch das passiert dabei sehr, sehr gerne. Die Knie aufschürfen, die Hände aufschürfen und tragende Teile des Urlaubs der wohlverdienten Erholung eigentlich ungefähr so sinnvoll wie ein Kropf sind. Muss das sein? Nein. Da geht es im Grunde schon los. Aber es geht noch mit einem ganz anderen Teil los. Wir bleiben bei dem Beispiel mit dem Rucksack, mit der Rucksack-Tour. Und auch da sehen wir es immer wieder und wir sehen es immer wieder weit verbreitet. Das gilt übrigens auch für die Damen und Herren, die sich selber gerne mal Prepper nennen und einen riesengroßen Rucksack mit allem gefüllt zu Hause stehen haben, als würden sie den Planeten verlassen wollen. Und ich möchte, dass ihr euch zu eurem Rucksack und zu diesem Vorhaben, was ihr da habt, einfach mal ernsthaft am Schlüppergummi packt und euch Gedanken darüber macht, bin ich für das, was ich hier veranstalten will, wirklich, wirklich fit genug? Ich weiß, für den einen oder anderen wird das ausgerechnet aus meinem Halsbrüllen komisch klingen, aber es hat schon gute Gründe, dass mein Tag morgens um 4.30 Uhr anfängt und erstmal bummelig mit einer Stunde Sport zu tun hat. Ja, ich habe trotzdem das Idealgewicht eines mittelschwerden Flugzeugträgers der 6. US-Flotte. Der Witz ist, ich kann damit umgehen und ich bin gerade dabei, weniger witz zu werden. Das ist so ähnlich wie diese Spielchen, ich bin dick, du bist doof, ich kann abnehmen und du? Andere Geschichte, sachlich wird es auch gerade nicht. Ernsthaftes Thema, packt euch wirklich an der Stirn, seid ihr für das, was ihr vorhabt, wirklich fit genug? 12.000 Liter Rucksack mit entsprechendem Gewicht, im Gemüse. Wenn ihr so einen Rucksack habt, Glückwunsch, schön für euch. Das Ding ist, ist der richtig für euch eingestellt? Ups. Wisst ihr, wie so ein Rucksack richtig gepackt wird? Auch das sollte man mal gemacht haben und das sollte man auch üben. Ihr merkt, dass so ein großer und wirklich schwerer Rucksack wirklich gut gepackt ist, wenn ihr euch selber immer noch die Schuhe zubinden könnt. Und zwar mit dem Ding auf dem Rücken. Und das ist eine Kunst, meine Damen und Herren. Das geht nicht von heute auf morgen. Eine Sache, die eigentlich aus dem Militärischen kommt. Und es bereitet dich nichts besser auf Rucksack-Touren im Outdoor-Bereich vor, als Rucksack-Touren im Outdoor-Bereich. Wenn jetzt nicht jeder von euch gerade irgendwie einen, ich weiß nicht wieviel tausend Hektar großen Wald vor der Tür hat, dann ist das auch nicht weiter wild. Aber was man zum Beispiel als Vorbereitung machen kann. Ihr nehmt euren großen Rucksack und ihr geht mal zur Feier des Tages zu Fuß einkaufen. Und bringt dann diese verschiedenen Damen und Herren Einkäufe zu euch nach oben. Vierter Stock Altbau. Und dann werdet ihr sehr, sehr schnell merken und wissen, ist das etwas mit dem Rucksack für euch? Rucksack-Touren? Oder nicht? Wir sehen es, wir hören es immer wieder und immer wieder gerne. Ja, und wenn denn tatsächlich die Scheiße auf den Ventilator, dann nehme ich meinen Bug out back und dann bin ich weg. Nein. Und das hat schon gute Gründe, warum nein. Und das hat genau hier seinen Ursprung, Leute. Wer denkt, dass er den ganzen Tag Netflix konsumiert und irgendwie, na? Und dann im Notfall tatsächlich richtig rum funktioniert mit so einem Rucksack. Ganz ehrlich, Leute, ihr glaubt auch nicht, dass Zitronen falten, oder? Jetzt mal ernsthaft. Ein weiterer Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte und auf den ihr definitiv und gerne mal drauf rumdenken dürft, ist, dass, je fahrlässiger ihr in dem Fall mit eurer Planung umgeht, desto größer nicht nur die Gefahr für euch, sondern auch entweder für eure Gruppe, mit der ihr unterwegs seid, oder für Leute, die euch helfen wollen. Und da geht es dann zum Beispiel um die Damen und Herren der verschiedenen Bergwachen hier in Deutschland. Zum Beispiel hier in Deutschland. Das heißt, ihr bringt nicht nur euch in Gefahr und eventuell sogar in Lebensgefahr, sondern auch die. Und die Persönlichkeiten sind definitiv fit genug. Weil ohne ein gewisses Maß an Fitness gehen die erst gar nicht los. Da geht es da erst gar nicht in die Ausbildung. Und das ist gut so. Weil das ist aufwändig. Die haben einen Arsch voll Geraffeln, was gegebenenfalls mit muss. Die sind überwiegend zu Fuß unterwegs. Die werden zwar bis zu einem Punkt X mit irgendwelchen Fahrzeugen verbracht, aber dann geht es tatsächlich zu Fuß los. Und zwar Pronto Salvatore. Und die kriegen dafür nicht einen Cent. Die machen das ehrenamtlich. Langsam auf der Zunge zergehen lassen. An dieser Stelle danke für euren Einsatz. Ihr seid großartig. Und mir ist dabei scheißegal, ob oder in welcher Organisation ihr seid. Okay? Danke. Wie gesagt, Kenners, auch ich habe an dieser Stelle mehrfach in meiner Karriere der letzten 50 Jahre im Wald und auf der Heidi zwischendurch Scheiße gebaut. Auch ich bin mit einem riesengroßen Rucksack losgelatscht. Das war in Schweden. Um dann nach zwei Tagen festzustellen, dass das alles ungefähr so sinnvoll war wie ein Knopf an einer Arschbacke. Mir da einen neuen Rucksack gekauft habe. Den Rucksack irgendwo gleichmäßig versenkt habe. Und mir ernsthaft mal Gedanken darüber gemacht habe, was wirklich für mich wichtig ist. Und bin dann letzten Endes bei einem... Ich glaube ein 60 Liter Rucksack war das. Das ist nicht wirklich groß. Gerade wenn du irgendwie zwei Wochen mit Essen, mit Trinken, mit alles, mit scharfe Soße, mit Zwiebeln, dann ist ein 60 Liter Rucksack eigentlich ein Witz. Hat funktioniert. Und ich leb noch. Merkt ihr es? Manchmal ist weniger halt mehr. Wo ihr auf jeden Fall nicht sparen solltet, ist an eurer eigenen Vorbereitung physisch. Dazu muss man auch nicht großartig irgendwie ins Fitnessstudio rennen. Ich kenn das Problem. Fitnessstudios? Oh, Alter. Also das hat auch nichts irgendwie mit Altersstarrsinn oder so zu tun. Sondern das ist bei mir... Ich kann es nicht. Ich krieg es echt nicht über einen Knorpel. Wirklich nicht. Und der Witz ist, ich bin Fachübungsleiter... Fachübungsleiter... Fachübungsleiter Feuerwehr Dienstsport. Ich bin früher selber lange Zeit Gruppenleiter, Jugendgruppenleiter beim Deutschen Alpenverein gewesen. Klingt komisch. Ist aber so. Also von daher, wir haben vieles gesehen. Und ich habe mir abgewöhnt zu sagen, ich habe schon wirklich alles gesehen. Es ist das übliche Spiel. Es ist genauso wie in der Medizin. In dem Moment, wo du mit dem Gedankenkranken gerade fertig bist, kommt jemand mit einer Pfeile im Kopf um die Ecke. Guck mal. Und du stehst da und denkst... Gut, Kinders. Das war also wirklich nur ein kleiner Ausflug. Ich möchte, dass ihr euch darüber Gedanken macht. Und im nächsten Video kümmern wir uns das erste Mal tatsächlich um Ausrüstung. Worauf zu achten? Beim Zusammenstellen der Ausrüstung für weit, weit weg im Wald und auf der Heidi. Und das What shall we do with the Krankenpfleger? Passt auf euch auf. Macht keinen Blödsinn. Und mir war es ein inneres Blümchen pflücken. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.